Uh 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 Im letzten Fall, da fragst du krass Uh 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 Mit viel Geduld, wer oder was? Micha schaut aus seinem Haus Er schaut aus dem Fenster raus Alle Fälle haben Namen Komm, mag sie kregeln, geben Rahmen Helfen wir beim Text verstehen Wend sie an, du wirst schon sehen Im zweiten Fall, nicht nur in Hessen Willst du einfach wissen, wessen Susis Kater war auch Clou Wessen Kater stinkt hier so Wem so fragt der dritte Fall Nennt sich Dativ überall Als Antwort auf die Frage, wem Hilft der Dativ zu verstehen Alle Fälle haben Namen Komm, mag sie kregeln, geben Rahmen Helfen wir beim Text verstehen Wend sie an, du wirst schon sehen Im zweiten Fall, nicht nur in Hessen Willst du einfach wissen, wessen Susis Kater war auf Klo Wessen Kater stinkt hier so Wem so fragt der dritte Fall Nennt sich Dativ überall Als Antwort auf die Frage, wem Hilft der Dativ zu verstehen Alle Fälle haben Namen Dramatik, Regeln geben Rahmen Helfen dir beim Text verstehen Wend sie an, du wirst schon sehen Bleibt der vierte Fall zurück Und mit einem Krätschen Glück Fragst du wen und fragst du was Macht der Regen heute nass Alle Fälle haben Namen Dramatik, Regeln geben Rahmen Helfen dir beim Text verstehen Geil Wir gehen